Diese Geräusche, diese Geräusche, still mal leiser, ey, was soll ich machen? Es kommt einfach so mit mir durch, ich bin schon voller Vorfreude auf das GSV Mr. Rosenroad, deshalb diese Geräusche. Dieser Kran dafür, falls du mal dick wirst, ey, ne, das ist, äh, falls deine Mutter mal das GS besucht. Voll krass fragen, sind sie denn jetzt nur hergekommen, um mich abzufucken? Das ist ja fast schon wie ein Regisseur, der mir hinterher rennt und alles unter Lava setzt. Nur, dass hier zum Glück noch keine Lava ist, aber ich glaube jetzt... Oh, eine Beacon-Rakete, wo kommt die denn auf einmal her? Ja, alter Scheiße. La, 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 jetzt gibt der Kaffee, nö, kick by change, 5, 3, kick by change, oder 3, 5. Absolut perfekte Idee, was... Sei dir bescheuert, sei dir bescheuert, hä? Hä? Achso, ich bin nicht zurückgegangen. Oh, Mann. 100 Bits und ich esse meine eigene Kacke. Ich mach's nicht, ich mach's nicht fürs Geld. 100 Bits und los ist, alter. Ey, Teddy, das war doch nicht auf mich bezogen. Okay, jetzt nochmal, 100 Bits und ich esse wirklich meine Kacke. Kennst du den neuen Lucky Block Effekt schon? UHC? Nein. Gibt's da ne neuen, oder was? Was, ähm? Ah! 3, 3, 3, 3, 3, 3. 2, 3, 3, 3. Oh mein, vor ihr. Oh mein Gott. Was kannst du eigentlich? Und wenn ich schreie, ist... Alter. Nicht bestanden! Für einen Gramm-Weed verkauft. Und quasi für 10 Euro hat... Oh, kennst du den Weed-Kurs? Subtur? Woher weißt du, dass ein Gramm-Weed... ...10 Euro kostet? Der Näftestfummelt an meinem Ei, geh weg, lau. Stop it. Geh zum Help. Wir sind noch nicht verheiratet. Ich wollt immer, ähm... ...ein Kind vor der Ehe haben, dass ich's Bastard nennen kann. Kerem unterstrich der EKK sagt, was lachst du über meinen Namen, du Bastard? Raus mit dem Scheiß! Bann den Spasten weg, Alter! Ein Sie-Bastard sollte schon drin sein, so ein Ding nämlich. Entschuldigung. Sie, Wechsel. Was küsst du das? Ach, Junge, leck mich doch am Arsch. Alter, was hast du denn das jetzt schon wieder gemacht? Das wollte ich rausnehmen, sonst hat der nächste Gewinner das. ...aktiviert und deswegen habe mir kein... ...Ach... ...Ach... ...Blue Shucks, auch an dich... Oh mein Gott. Ja, Kürz, das wird, das wird, das wird wild nachher nach so einem Film, das wird wild. Ey, schönes Wetter heute, oder? In der Musik, ich hab einfach nur Spotify, bei mir hört sich das ganz, ganz klar an. Was soll's, machen wir halt selber Musik. Viermal nein. Tschüss. Oh. Ups. Ups. Ich wollte eigentlich nur den Scammer da reinschutzen. Danke. Ich rede mit Teddybär. Nee, erstens chattest du und redest du nicht. Zweitens chattest du in einen öffentlichen Chat, also halt's Maul und ertrag, dass ich mich einmesche. Was ich lieb, das neckt sich. Könntest du dich bitte hier auf den Boden setzen und gut ist? Ey, ich warne dich. Mann. Sollen wir mal irgendwie ein Fake-Beef anfangen mit irgendjemandem, dass du da berichten kannst oder so? Und dann sag ich mir, schreib, schreib mir auf Discord. Schreib mir auf Discord, dann schick ich dir meine Paypal-Adresse, überweist du mir ein Zwickel und dann fange ich ein Fake-Beef mit Subtor oder so an. Der Streamer MoneyTV soll angeblich Subtor 3-Bits aus dem Twitch-Chat gestohlen haben. Ab in den Knast. Du brauchst einen Suchtberater, ich bin ein guter Suchtberater. Ich weiß, wo du dein Geld besser investieren kannst. Ich kann mir mal helfen. Ich kann mir helfen. Laufkraftwagenfahrer. Du, du. Du. Du und du.